Nun folgen die Holstenhallen-Events. Ab auf die Tanzbühne am 17. Oktober heißt es für die Besucher der Stadthalle Neumünster beim Rebase Revival Rave. Für alle Pferdefreunde öffnet vom 22. bis 25. Oktober die Holstein International in den Holstenhallen ihre Tore. Die Holsteiner Pferdetage können die Besucher der Holstenhalle vom 29. bis 31. Oktober erleben. Und im Festsaal und in der Passage der Stadthalle findet am 31. Oktober die Xperia Halloween Night statt.